Die Querflöten der Serien 650 und 501 von Armstrong. Für den Spaß an der Musik von Anfang an. Die Armstrong Querflöte FL 655 bildet die solide Grundlage für das erfolgreiche Erlernen des Querflötenspiels im Kindesalter und fördert auch darüber hinaus die Freude am Musizieren. Die Konzentration auf das Wesentliche bei der Entwicklung der FL 655 führt dazu, dass bereits junge Kinder mit Spaß und Freude die Querflöte kennenlernen können. Für das Kopfstück, den Korpus und die gesamte Klappenmechanik der FL 655 wird Neusilber verwendet. Dieses robuste Material hat sich wegen seiner guten technischen und klanglichen Eigenschaften beim Bau von Einsteiger- und Schülerinstrumenten bewährt. Die gesamte Oberfläche der Flöte ist versilbert. Dies steigert nicht nur die wertige Optik des Instrumentes, sondern auch besonders die angenehme Haptik beim Spielen. Die kindgerechte, verkürzte Bauform der Kinderflöte verzichtet auf ein separates Fußstück. Der kürzere Korpus erleichtert das Handling des Instruments. Zusammen mit dem gebogenen Kopfstück entsteht eine sehr kompakte Flöte, die in ihren Proportionen ideal auf die Bedürfnisse der Kinder zugeschnitten ist. Der Fokus auf das Wesentliche umfasst bei der FL 655 auch eine vereinfachte Mechanik, die ohne Trillerklappen und E-Mechanik konzipiert ist. Für Neueinsteiger sind diese Merkmale noch nicht von Bedeutung, weshalb zunächst darauf verzichtet werden kann. Außerdem verringert sich damit auch das Gewicht der Flöte. Auf den Klappendeckeln sind zusätzliche Fingerknöpfe so positioniert, dass auch Kinderhände alle Klappen mühelos erreichen und korrekt greifen können. Die Offset G, genannte G-Klappe, ist in Richtung des linken Ringfingers vorgezogen, wodurch ihre Erreichbarkeit verbessert wird. Eine Besonderheit bei den Armstrong-Flötenmodellen der 650er-Baureihe ist der mit Filz unterlegte Anschlag der Diss-Klappe. Statt der hier oftmals verwendeten geklebten Kunststoff- oder Korkformteile sorgt ein kleines aufgelötetes Säulchen für zusätzliche Haltbarkeit und Stabilität. Für ein zuverlässiges Schließen der Klappen, auch bei nur geringem Andruck, werden Qualitätspolster des italienischen Markenherstellers Pisoni verbaut. Ob zur Probe, zum Unterricht oder zum Auftritt, mit dem stabilen Holzetui mit gepolsterter Tasche kommt man überall gut an.